Was willst du später machen? Ich will Party! Soll ich studieren? Und wenn, dann was? Eigentlich will ich nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Hast du dir schon mal die Ernst-Abbe-Hochschule Jena angeschaut? Die ist derzeit die größte und forschungsstärkste staatliche Fachhochschule in Thüringen. Also, Praxisbezug pur. Das heißt aber nicht weniger Theorie, sondern, dass du die Möglichkeit bekommst, diese innovativ einzusetzen. Wie wär's damit? Einfach mal nach allen Sternen gleichzeitig greifen zu können. Hier kannst du dich in den Gebieten rund um Technik, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit in unseren hochmodernen Hightech-Einrichtungen austoben. Das Beste? Alles ist interdisziplinär und nachhaltig vernetzt. Mit den ungefähr 25.000 Studierenden verbringst du in Jena natürlich nicht nur Zeit in der Hochschule. Jede Arbeit braucht ihre Pause. Als spannender und zeitgleich idyllischer Studienort im Herzen Deutschlands bietet Jena dir viel für deine Quality Time. Ob auf dem Campus, im Gewächshaus des Botanischen Gartens, dem Paradiespark oder in der Innenstadt selbst. An freundlichen Gesichtern und diskussionsfreudigen Köpfen mangelt es sicher nicht. Durch unsere langjährigen Kontakte zu Partnern aus der Industrie, Wirtschaft und Forschung fällt es nicht schwer, sich optimal auf den Umstieg ins Berufsleben vorzubereiten und dort auch schnell Fuß zu fassen. Sei mit uns ein Teil der Zukunft. Informiere dich jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017